DRAGON QUEST 11 Ihr könntet sich ja gar nicht abwarten, euer Können erneut auf die Probe zu stellen. Mein Freund, ich heiße euch auf der weltberühmten Rennbahn von Galopolis willkommen. Genau, wir haben jetzt ein paar Rennen mehr. Früher, wo wir das letzte Mal hier waren, waren nur die beiden hier verfügbar. Jetzt ist die Goldliga dazu gekommen, die Platinliga und ihr seht auch schon der Preis. Das ist auch schon sehr interessant für uns, ne, der Schmiedehammer. Und die Titanliga, die eindeutig die beschissenste ist. Außerdem noch die Bronze, Silber, Gold, Platin und Titanliga in der schweren Version. Und ihr seht schon, die Titanliga bringt uns auch ein sehr interessantes Item auf schwer, das wir leider auch brauchen. Also Freunde, würde ich sagen, fangen wir erstmal an mit der Goldliga. Die Goldliga, eine hervorragende Wahl. Das wären dann 1000 Goldmünzen. Geht das in Ordnung? Ja. Kohle haben wir sowieso genug. Ich werde das aber nicht nochmal von ihm vorlesen. Das kennen wir ja schon. Die Steuerung muss ich jetzt erstmal reinkriegen, das dürfte aber das geringere Problem sein. Äh, sollte die Nacht reinbrechen, weil wir sind ja kurz davor, dass die Nacht reinbricht. Sollte sie reinbrechen, werden wir erstmal Monster jagen. Bis zum nächsten Tag in der Prüfung des Lichtbringers und werden dann wieder auf die Rennstrecke zurückkehren. Ah, der alte Mann kennt sie noch, die Steuerung. Sehr gut. Wunderbar. Wir waren ja... Öh. Wir waren lange nicht mehr hier. Muss ich ja ehrlich mal sagen. Wir waren wirklich lange nicht mehr hier. Ich glaube in den 20er Parts damals. Ganz früher noch, wo es noch um die Galopolis-Tracht ging, wo wir noch hinter dem Schilderzweig her waren. Gott, ist das lange her. Meine Güte, ist das... Das ist ja wirklich ewig her. Deswegen wird es mal wieder Zeit, Freunde, dass wir mal wieder die Rennstrecke hier ein bisschen benutzen. Und ich werde dann auch ein bisschen weniger labern, als es üblich ist von mir, weil ich mich konzentrieren muss. Es werden auch Emotionen dabei sein. Natürlich, ganz klar. Vor allem, wenn irgendein Gegner mich frecherweise von der Bahn wegdrischt. So wie ich vorhin. An Andy lichte mich! Das ist natürlich supi, wenn man Gegenstände am Mausplatt liegen hat, die einen so ein bisschen davon abhalten. Aber es reicht trotzdem für den Sieg. Ich muss mal hier meine Gegenstände füllen. Kleinen Moment. So, erster Platz. Das war die Gold-Liga. Neuer Rekord, ja. Ich weiß aber nicht, ob es jetzt für die Trophäe reicht. Das ist auch nicht so wichtig, ehrlich gesagt. Glückwunsch, mein Freund. Ihr wart fantastisch. Ihr habt euer Ross meisterhaft beherrscht. Ach, aber ich hätte ja fast das Wichtigste vergessen. Der Sieger der Gold-Liga erhält diesen prächtigen Preis. Ich hoffe, er gefällt euch. Lars erhält einen Metallschleimhelm. Diesen Preis erhält jeder Teilnehmer der Gold-Liga. Ich hoffe, er gefällt euch. Lars erhält einen Klumpen Gold-Erz. Ich habe großartige Neuigkeiten, mein Freund. Ihr habt zum ersten Mal die Gold-Liga gewonnen. Und die Platin-Liga steht euch nun offen. Gewiss könnt ihr es gar nicht erwarten, euer Können noch weiter auf die Probe zu stellen. Du kannst nun am Rennen der Platin-Liga teilnehmen. Jo. Ich hoffe, ihr nehmt bald wieder an einem Rennen teil. Ja, wie gesagt, er wiederholt sich nur. Platin-Liga 2000. Da geht es tatsächlich dann auch um den Schmiedehammer, den wir in Kapitel 2 ja netterweise gestellt gekriegt haben. Ach, guck mal an. 1,5 hätten wir es schaffen müssen. Ja, wegen dem einen Rempler und wegen dem einen Ausrutscher. Weil mein Handy im Weg war. Hm, naja. Passiert. Macht nix. Wie gesagt, die Trophäen hier sind tatsächlich nicht so wichtig. Das einzige Problem, das einzige Rennen, wo wir wirklich Probleme haben werden, ist die Titan-Liga. Die höchste. Die wir durch Tristan freigeschaltet haben. Das wird die schwierigste Liga. Werdet ihr sehen, warum. Hat nämlich mehrere Gründe. Ja, soll er uns erstmal überholen. Ist okay. Am Ende werde ich's der Sieger sein. Sag ich doch. Ey. Überholt die Sau mich einfach. Hier sind übrigens drei Rennen angesagt, sehe ich gerade. Nicht zwei Rennen. Äh, zwei Runden. Viel zu erzählen habe ich euch eh nicht. Außer, dass ich der festen Überzeugung bin, dass wir es bald beenden werden, das Spiel. Also so viel kommt hier nun wirklich nicht mehr. Und unsere Leute nähern sich langsam aber sicher dem 90er-Bereich. Ich bin auch schon dabei tatsächlich, äh, also wenn ihr das seht, dürften wir wahrscheinlich sowieso schon längst im Lettschnacken 18 sein. Äh, wenn nicht sogar schon weiter. Äh, obwohl das bezweifle ich. Also ich bin auf jeden Fall schon mal dabei, die Projekte zusammenzustellen für das 18. Lettschnacken. Und das war's. Rennen geschafft. Das war die Platin-Liga. Ja, also ich bin dabei zusammenzustellen. Mal gucken, wie euch die Projekte dann gefallen werden. Und, äh, ja. Glückwunsch, mein Freund, ihr wart fantastisch. Ihr habt euch Ross meisterhaft beherrscht. Ach, aber das, aber ich hätte ja fast das Wichtigste vergessen. Der Sieger der Platin-Liga erhält diesen prächtigen Preis. Ich hoffe, er gefällt euch. So ein Glück. Lars erhält einen Schmiedehammer, genau, den wir damals im zweiten Kapitel bekommen haben. Und den brauchen wir, äh, für was ganz anderes. Deswegen habe ich nämlich Onsen noch offen gelassen. Diesen, dieser Preis erhält jeder Teilnehmer der Platin-Liga. Ich hoffe, er gefällt euch. Lars erhält einen Klumpen Platin-Erz. Ja, gut, dass es kein Silbererz ist. Ich habe großartige Neuigkeiten, mein Freund. Ihr habt zum ersten Mal die Platin-Liga gewonnen. Und die Titan-Liga steht euch nun offen. Gewiss könnt ihr es gar nicht erwarten, euer Können noch weiter auf die Probe zu stellen. Du kannst nun am Rennen der Titan-Liga teilnehmen. Hm? Ja, und die wird schwer. Ah, Lars. Ihr werdet mit Freuden vernehmen, dass seine Exzellenz, der erhabenste Sultan, die Veranstaltung eines neuen Rennens veranlasst hat. Das wird ganz gewiss der spannendste und nervenaufreibendste Wettbewerb in der Geschichte unseres Königreiches. Ihr brennt sicher schon darauf, euer Können auf diese beispiellos harte Probe zu stellen. Mein Freund, ich heiße euch auf der weltberühmten Rennbahn von Galopolis willkommen. Ja, wir bezahlen dafür ganze 5000. Da ich weiß, dass das Rennen ziemlich schwer ist. Also ich mache das jetzt folgendermaßen. Ich gehe nochmal raus. Dann gehe ich nochmal rein. Und danach werde ich jetzt erstmal nichts speichern. Ich werde drei Versuche jetzt hintereinander machen. Sollte ich diese drei Versuche nicht schaffen, damit 15.000 Goldmünzen verlieren, werde ich laden. So machen wir das. Ja, ich stelle mein Können unter Beweis, indem ich faile. Ich muss nämlich erstmal die Strecke wieder kennenlernen, der Titan-Liga, denn es gibt einige Schwierigkeiten. Genau, erstens, man sieht nichts. Und zweitens, wir haben Kontrahenten, die mega schnell sind. Vor allen Dingen einer. Denn wir haben keine normalen Reiter hier, doch einen normalen Reiter. Und wir haben Sir Hendrix himself, sowie Reonaldo dabei. Also die härtesten Konkurrenten, die es gibt. Reonaldo ist wirklich schlimm, genauso wie Hendrix. Das sind wirklich die härtesten Konkurrenten, die man sich vorstellen kann. Sieht man ja schon. Also Reonaldo war uns gerade schon dicht auf den Fersen. Also hier ist wirklich Konzentration gefragt und Genauigkeit vor allen Dingen. Also hier ist wirklich... Also hier darf man sich nicht einen Fehler leisten. Nicht einen. Das ist wirklich gnadenlos hier. Vor allen Dingen auch schwer. Da geht es wirklich um die Wurst. Vor allen Dingen, weil Reonaldo nämlich einen richtig schön unfairen Powerboost bekommt. Das werdet ihr vor allen Dingen auch schwer merken, was der für einen Powerboost bekommt. Da habe ich mich... Da war ich damals echt am Rande von der Verzweiflung. Das glaubt ihr gar nicht. Ich habe da echt... Ah, scheiße. Ja, super, Lars. Ja, klasse. Genau solche Fehler meine ich. Sowas kann man sich nicht leisten eigentlich. Aber hier ist man noch sehr nachsichtig mit uns. Sehr gut. Aber das können wir uns auch schwer nicht leisten. Wird schwer. Freunde, wird schwer. Das haben wir schon mal geschafft. Jetzt geht es in den schweren Bereich. Glückwunsch, mein Freund. Ihr wart fantastisch. Ihr habt euer Ross meisterhaft beherrscht. Na ja. Ach, aber ich hätte ja fast das Wichtigste vergessen. Der Sieger der Titanenliga erhält diesen prächtigen Preis. Ich hoffe, er gefällt euch. Lars erhält ein Anleitungsbuch mit dem Titel Rüstzeug an des legendären Recken. Er liest es von der ersten bis zur letzten Seite durch und lernt den unglaublichen Inhalt auswendig. Lars lernt einen himmlischen Helm herzustellen. Lars lernt eine legendäre Rüstung herzustellen. Diesen Preis erhält jeder Teilnehmer der Titanenliga. Ich hoffe, er gefällt euch. So ein Glück. Lars erhält eine Mini-Medaille. Wer hätte es gedacht? Ich hoffe, er nimmt bald wieder an einem Brennteil. Ja, hier gibt es auch noch Mini-Medaillen. Also man glaubt es kaum, aber es ist so. Gut. Jetzt könnten wir hier sogar einen Vermillion gewinnen, den wir ja eigentlich bei unserer guten Freundin Crystalinda herstellen lassen können. Nein, wir gehen jetzt über in den schweren Modus. Das sind übrigens die einzigen Modes, die es gibt. Und fangen an mit der Bronze-Liga. 200 Goldmünzen ist okay. Man sieht auch schon, die Titan-Liga ist auf schwer kostenlos. Ja, die ist kostenlos und das nicht umsonst, weil die ist so schwer. Ich glaub, da wirst du so viel Geld sonst los. Also wenn die 10.000 oder so kosten würde, du würdest so viel Kohle loswerden dafür. Das wär nicht mehr feierlich. Ist wirklich so. Also ich find da schon, muss ich wirklich sagen, also da muss ich wirklich auch sagen, find ich gut von den Entwicklern, dass sie das so gemacht haben. Dass das wirklich so fair geregelt wurde, dass sie gesagt haben, okay, wir machen das zwar scheiße schwer, aber die Leute bezahlen dafür kein Geld. Weil dann können sie so viel failen, wie sie wollen, weil das wird sowieso nicht bei First-Trial klappen, ganz klar. Aber dann haben die Leute wenigstens Zeit und verlieren dabei nicht so viel Geld. Und das find ich echt gut, dass sie das so gemacht haben. Weil sie hätten auch genauso fies sein können und sagen können, ja klar, pro Rennen verlierst du 10.000 und wenn du kein Geld mehr hast, ja, hast du Pech gehabt halt, ne? Musst du halt leveln. Beziehungsweise musst du halt deine Geldbörse erstmal auffüllen, ne? Bis du dir ja am Rennen teilnehmen kannst. Und das find ich wirklich so fair, dass sie gesagt haben, nö, machen wir kostenlos. Wirklich gut. Muss man ja auch mal anerkennen, ne? Also Bronze-Liga ist bei uns jetzt nicht unbedingt das Problem, ganz klar. Schaffen wir. Also den Rekord werden wir natürlich nicht kriegen, aber den ersten Platz, das reicht uns. Sehr schön. Ich lese das jetzt nicht nochmal vor, ich hab das jetzt so oft vorgelesen in diesem Part. Da reicht das. Wir bekommen eine Goldarm-Schiene. Dieser Preis erhält jeder Teilnehmer der Bronze-Liga. Ich hoffe, er gefällt euch. Zwei Klumpen Kupfererz. Jawohl. Ja, besser Kupfererz als Silbererz. Das werden wir nämlich gleich kriegen. Oh, ich war sogar drunter, aber wir haben hier die Trophäe schon geholt. Deswegen hab ich die jetzt nicht nochmal gekriegt. Ein Meuchler gibt's hier. 500, joa, klar, warum nicht? Wieder mit Abkürzung. Hm, hm? Also wir kommen voran bisher. Bis zur Titan-Liga, dann ist vorbei. Dann geht's nicht mehr voran. Die ist so scheiße, die Titan-Liga auf schwer, das sag ich euch. Da werde ich dann auch stiller sein, oder eben auch nicht. Das wird sich dann zeigen. Aber es ist auf jeden Fall gut, wenn man, äh, also wenn man das über Maus-Pad lenkt, sollte man auf jeden Fall Platz haben zum Rotieren. Weil, wie gesagt, ich lenke das mit Tastatur und Maus, ne? Also, kein Maus, kein Controller oder sowas, ne, ne. Per Maus-Pad und per Contro- äh, hier, per Tastatur. Nicht Controller, nein. So wie ich das die ganze Zeit auch schon mach, seit Part 1. Alles per Tastatur und Maus. Und glaubt mir, das ist im Pferderennen gar nicht so einfach. Aber mit der richtigen Einstellung geht das. Ich wollte grad aufhören, aber ich hab, dann hab ich gesehen, es sind drei Runden. Ah, ich glaub, das haben wir. Jawohl! Oh, 1,61. Ein, ja, okay. Also 1,0, 61. Ich glaub, das könnte eine Trophäe geben, wenn wir die nicht schon haben. Das weiß ich nicht. Das war die Silberliga auf schwer. Wir erhalten einen Meuchler. Jawohl! Zwei Klumpen Silbererz. Toll! Unsere Truhe ist sowieso schon voll damit. Tatsächlich, Jungjockey für eine beeindruckende Leistung in der Silberliga der Rennbahn von Galopolis. Kurz mal zwischenspeichern. Automatische Speicherung, Freunde. Ihr wisst Bescheid. So, und dann gehen wir wieder zurück. Manchmal hat das durchaus seine Vorteile. Ah, Tageszeitpunkt hat sich nicht viel geändert. So, Goldliga kostet schon 2.000, also man merkt schon, geht jetzt schon ein bisschen höher. Dann Platinliga 4.000. Ja. Aber wird schon. Und die Platin- und die Titan-Liga ist halt kostenlos. Glücklicherweise. Rein theoretisch könnte ich auch noch an der pfiffigen Schmiede könnte ich im Nachhinein auch noch sämtliche Items schmieden, die wir noch nicht geschmiedet haben. Oder die verbessern, die halt nicht perfekt wurden, bis auf die Waffen, die sich halt verbessern. Aber nö, das mach ich nicht. Das wär ein bisschen zu viel des Gutes, finde ich. Also das mit den Anleitungsbüchern, das ist schon okay. Genauso auch wie mit... Äh, öh! Da rampt die Sau mich! Der rampt mich einfach. Was für ein... Was für eine Mist-Forke? Der rampt mich! Was war das denn für ein Arschlob-Move, mein Lieber, hä? Das war aber nicht nett, Freundchen. Das war aber gar nicht nett. Und nur zwei Runden, ne? Super. Das kam jetzt sehr unerwartet. Jetzt muss ich mich doch gerade ein bisschen konzentrieren. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Da rampt er uns einfach. Und er entkommt uns auch neu, ey. Ich glaub's nicht. Lass mich doch nicht von einem Heliodora schlagen, sag mal. Meine ich ja wohl. Wär ja wohl noch schöner hier, hallo. Frechheit. Da hat der Hodor, gib doch uns einfach einen mit, sag mal. Übrigens, drei Stunden Aufnahme. Hab ich gar nicht erwähnt. Blutrote Klauen haben wir bekommen. Und wir bekommen zwei Klumpen Goldärz. Jawohl. Klar, keine Auszeichnung, weil... Naja. Dadurch, dass wir ja erwischt wurden von dem tollen Konkurrenten da... Naja. Naja. Dann wollen wir mal das letzte Bezahlrennen machen. Die Platin-Liga für 4000. Ein Himmelross-Schwert. Aha. 4000 kostet uns ja Spaß. Naja. Bei den Monstern, die wir begegnen, ist das Peanuts. Aber ich bin halt scharf auf dieses seltene Item. Weil wenn wir das nämlich haben, erhöhen wir die Chance, seltene Monster zu treffen. Hatte ich ja erwähnt, dass es die gibt. Aber leider erst im dritten Kapitel. Das ist halt das Blöde. Leider halt erst im dritten Kapitel. Und damit sehr, sehr spät. Oh, wir sind einfach mal letzter. Supi. Ah, kriegen wir den überhaupt noch? Ja, bitte, geht doch. Aber unsere Ausdauer gefällt mir gerade nicht. Ja, das habe ich mir gedacht. Das habe ich mir gedacht. Ja, solche Fehler sind nicht gut. Die können einen den Sieg kosten, wenn man nicht aufpasst. Alter. Junge, das ist jetzt nicht dein Ernst, ne? Alter, guckt euch das an. So, und jetzt wird mal ein bisschen langsamer hier. Oh, der war aus Sniffelheim. Ja, erster. Also die Sniffelheimer haben echt gute Kavaleristen. Hi, der Witzger. Das war knapp. Ja. Das war echt knapp. Himmelsrohr-Schwert. Vielen Dank. Und zwei Klumpen Platinerz. Danke. So, jetzt gehen wir nochmal raus. Jetzt geht die Scheiße nämlich richtig los. Mhm. Das werden wir definitiv nicht First Try schaffen. Das würde mich sehr wundern. Wirklich sehr wundern. Jetzt kommt die Platin-Liga. Für die Schwingen des Spürsins eine Halskette, die die Chance auf seltene Monster erhöht und die nur wir tragen können zusammen mit dem Ring, den wir ja in der Le Académie des Medailliers bekommen haben. Die Platin-Liga auch schwer mit Reonaldo, Hendrik und einem Random-Reiter. Das wird so übel, weil jetzt kriegen Hendrik und Reonaldo nämlich einen Boost. Einen unfairen Boost. Also beide bekommen diesen Boost. Nicht nur Reonaldo, sondern auch Hendrik. Deswegen wird das zwischendurch sein. Genau. Da habt ihr den Boost. Yo. Da habt ihr den Boost mal gesehen. Anscheinend bekommen den alle Reiter, nur wir nicht. Wir versuchen unser bestes Sieben. Ah. Scheiße. Okay, Hendrik haben wir einkassiert. Das heißt aber noch gar nichts, denn wir müssen die Runde jetzt auch noch überstehen. Ey, das wär's, ne? First Try und wir kriegen die. Das wär's. Irgendwie hab ich da so... Ah, ich wusste es. Ich hab's doch geahnt, dass der Sack uns überholt. Und jetzt kriegen wir ihn nicht mehr, wa? Ne, den kriegen wir nicht mehr. War klar. War klar. Der war zu schnell. Der kam plötzlich, hat uns überholt. Ihr habt gesehen, ich hatte keine Chance. Keine Chance. Das ist das, was ich meine. Durch den unfairen Boost. Und es steht wirklich auch im Forum unfairer Boost. Da muss ich nämlich damals extra nachgucken. Ja, wir bekommen Mini-Medaille dafür. Da wurde damals extra schon geschrieben unfairer Boost. Und man muss wirklich sagen, ja, das ist definitiv ein unfairer Boost, den beide kriegen. Gut, Hendrik hab ich das nicht so krass gemerkt, aber bei Reinaldo merkst du es definitiv, weil der kriegt einen richtig üblen Boost. Richtig übel. Ich weiß auch nicht, woher er den nimmt, aber auf jeden Fall ist er nicht auf faire Art erworben. Ja, super. Das kann nur scheiße werden. Das war schon mal ein komplett beschissener Start. Und da haut er uns schon ab, genauso wie, yo, supi. Einfach mal kurz sagen, ja, danke. Danke für den Startschub, Freund. So kann man natürlich auch im Rennen verkacken. Los, überhol hin. Oh, wir überholen nicht mal Hendrik. Was ist das denn? Sag mal, du musst doch wohl noch Hendrik überholen. Alter, sind wir schlecht. Ja, ist klar. Danke, Obsidian. Aber Reonaldo kriegen wir nicht. Der ist viel zu schnell. Ey, guckt euch das an. Der ist schneller als die Polizei erlaubt. Den sieht man gar nicht mehr. Wie soll ich den denn überholen, sag mal? Ja, es ist, es war halt, weil wir unseren Start verkackt haben. Also man muss wirklich first try perfekt nicht ein Fehler ist erlaubt. Das ist schon zu viel. Man muss wirklich perfekt durchrennen. Was hast du verloren? Ja, bekommen wir noch eine Mini-Medaille. Sorry, dass ich die Dialoge jetzt überspringe, aber wir kennen die eh in- und auswendig, weil es sind immer dieselben. Boah, ich will dieses Rennen gewinnen, ey. Das kann doch nicht angehen. Es ist dieses eine Rennen und es ist so wichtig, weil wir dieses Item brauchen für den entscheidenden Kampf gegen Kalasmos. Wir brauchen dieses Item, weil dieses seltene Monster, das wir noch brauchen, hat nämlich das seltene, hat nämlich ein sehr wichtiges Item für unseren Kampf. Ein sehr wichtiges. Verrate auch welches. Es ist das Kraftkonzentrat. Wenn wir das nämlich kriegen und das in Massen, also so, dass es ausreicht, können wir Kalasmos mit Leichtigkeit besiegen. Aber dann ist der Bosskampf wirklich scheiße. Kann ich schon knicken eigentlich. Das war schon ein Fehler zu viel eigentlich. Mist. Aber komm, Hendrik überholen wir. Jawohl. So, und jetzt bitte keine Fehler mehr. Wir können uns keine Fehler leisten hier. Und er überholt uns. Aber Reonaldo kriegt uns nicht. Sagt er und wurde von Reonaldo überholt. Super. Und jetzt ist er so weit weg, dass wir nicht mehr rankommen. Und er rennt noch mal gegen. Jawohl. Und gleich noch mal. Na, super. Auch das Rennen können wir vergessen. Das ist nicht wahr. Ja. Zu viele Patzer. Das waren zu viele Patzer. Privat kein Thema, aber so jetzt im Let's Play ist das doch schon ein bisschen scheiße, merke ich. Aber falls ich das jetzt nicht schaffen sollte, zur Not mache ich das Offscreen. Das ist mir dann egal, bis es geklappt hat. Aber ich will dieses Rennen mit. Ich muss dieses Rennen mitnehmen. Nicht nur ich will, ich muss dieses Rennen mitnehmen, weil wir brauchen dieses Item. Wir brauchen es. Ohne das kriegen wir dieses seltene Monster nicht. Oder wir kriegen es schon, aber die Wahrscheinlichkeit ist trotzdem nicht so hoch. Und wir brauchen das Item. Das ist einfach so. So. Konzentrationen lassen. Ich werde jetzt mal ein bisschen weniger labern und mich mehr aufs Rennen konzentrieren. Ja. Sagt er und wird von fast allen überholt. Super. Super. Okay. Oh So knapp Scheiße Nochmal Das kann doch nicht angehen Ja nix neuer Rekord Verpiss dich Mann Es war kein Sieg Also reicht nicht Bla 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 Mach den Kopf zu Und ja so habe ich genauso reagiert damals Ich habe euch gesagt Das wird dauern Dieser unfaire Boost Den hätte man sich so schenken können Nein der muss unbedingt rein Weil ist ja schwer Ich hätte schön gefunden Wenn man auch einen dementsprechenden Ausgleich Mal für die schafft Dass sie mal so richtig schön hängen bleiben Gerade zum Schluss wäre das schön gewesen Aber nein Natürlich kriegen sie noch so einen unfairen Boost Dass er auch ja über die Ziellinie hinaus reicht Damit du auch ja Probleme hast Ehrlich Ja muss dich halt mal mehr anstrengen Ja danke Vielen Dank auch So jetzt sind es immer solche Sprüche Die liebe ich immer Muss dich halt mehr anstrengen Ist klar Zitterst wie bescheuert Willst du dieses scheiß Rennen gewinnen Weißt du Und dann kriegst du noch so einen Spruch entgegen gehauen Muss dich halt mehr anstrengen Ja vielen Dank auch Nein Hendrik Du küsst mich nicht Und Reinaldo Du küsst uns auch nicht Unfassbar Der rammt unsere Kontratie vorbei Das ist echt nicht zu fassen Guckt euch das an Der Galuck Pier ganz gemütlich Als wäre es ganz normal Guckt euch das an Und dann kriegt er zum Schluss Kriegt er noch einen Boost Da kommst du nicht gegen an Den Der Schluss Boost Den hätten sie sich so schenken können Nein Den müssen sie ihnen auch noch geben Damit der Ja gewinnt Ey Unfassbar Ja bla bla Komm mach den Kopf zu Es ist echt gut Dass sie es kostenlos gemacht haben Weil wie gesagt First Try Funktioniert nicht Funktioniert nicht Wird nix Es ist dieser unfaire Boost Ihr habt gesehen Er hat uns angerampelt Das hat ihn nicht interessiert Er kam trotzdem vorbei Das würdest du Nie im Leben hinkriegen Nie Aber er Ja kein Thema Schiedene KI Ich hasse sowas Da reagiere ich echt allergisch drauf Ehrlich Sowas hasse ich wie die Pest Weil mit Cheaten Macht man sich so viele Spiele kaputt Geht gar nicht Wenn dann noch die KI schummelt Wo du dann quasi selber Fast dazu gedrungen bist Zu schummeln Das ist dann besonders toll Und dann wundern sich Entwickler Ja wieso Spielen sie es nicht auf ehrliche Art Oder gar nicht Ja weil du es nicht auf ehrliche Art schaffst So ein paar ist das Ich mach das jetzt mal so Und Reonaldo überholt uns wieder Boah ich dachte Das Segen ist gegen den Knall Guckt euch das an Der galoppiert ganz gemütlich An uns vorbei Als wäre es nix Ja 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 Geschafft Ja Entschuldigung Oh ey Ja Glückwunsch mein Freund Ihr wart fantastisch Ihr habt euer Ross meisterhaft Beherrscht Ach das werde ich Ich hätte ja fast das Wichtigste vergessen Der Sieger der Titan Liga Erhält diesen prächtigen Preis Ich hoffe er gefällt euch Lars erhält ein paar Schwingen des Spürsins Diesen Preis Erhält jeder Teilnehmer Der Titan Liga Ich hoffe er gefällt euch So ein Glück Lars erhält eine Mini Medaille Unglaublich Ihr habt jeden Pokal gewonnen Den es hier zu gewinnen gibt Ihr könnt nun kostenlos an all unseren Rennen teilnehmen Wo kämen wir auch hin Wenn er ein Champion fürs Reiten bezahlen müsste Ich hoffe ihr nehmt bald wieder an einem Rennen teil Und wir kriegen sogar noch die Trophäe dafür Vierendes Wettkampfwunder Für den Gewinn bei allen auf der Rennstrecke von Galopolis angebotenen Fremdveranstaltungen Alter das habe ich noch nie geschafft Wollt ihr euch echt bei allen unterboten? Ne Mach keinen Scheiß Doch hier unterboten Unterboten Ja gut dann hat man die 55 wahrscheinlich außen vor gelassen Und die 59 Ja dann hat man das außen vor gelassen Aber das habe ich echt noch nie geschafft Leute Noch nie Das muss man sich echt mal reinziehen Das habe ich noch nie hingekriegt Ja Abwehr Angriff und so weiter geht alles runter Schon klar Aber trägst du diese Schmuckstücke um den Hals Kommen seltene Varianten der üblichen Monster von überall her angerannt Genau deswegen brauchen wir dieses Item Genauso wie den Ring des Spürsins Dadurch geht sogar Abwehr und Scham nochmal hoch Aber der Angriff nimmt halt ab Aber das ist okay Weil wie gesagt Dafür geht halt die Chance Seltene Monster zu treffen hoch Ich glaube es geht um an das Telefon Ich rufe Und ich rufe